Herr Lotz, haben Sie irgendwas mit Rhythmus? Haben wir ein Ballett? Ballett bitte. Heute gibt es definitiv keinen Weihnachtsschmalz, kein Licht aus Bethlehem, das in Wirklichkeit aus Benzausen ist, und kein Alkohol mehr auf der Bühne. So, und jetzt fangen wir an. Ich brauche den Männerchor, haben wir. Ich brauche das Ballett, sehr gut. Ich brauche Herrn Lotz und irgendwas. Komm, mach mal was. Jetzt ist das nun mal so, das ist die große Show, wir alle sind die kleinen Lichter. Im Grunde bin ich froh, denn ich seh nirgendwo Volksmusikgesichter. Silbereisen ist heut raus, auch Helene bleibt zu Haus. Im Land der Denker und der Dichter, und darum bin ich so froh. Wir sind hier ne große Show und die kleinen Lichter. Wir machen heut ne Show mit allem Pipapo und Playback ist heut streng verboten. Der Männerchor ist echt, Ballett ist auch nicht schlecht und Lotz spielt heut sogar nach Noten. Ein Show, kommt dann irgendwann der Chef von AD und ZDF, will uns mit Geld abspeisen. Dann sag ich ganz einfach No, das ist uns eine große Show. Du hast Silbereisen, die Show der kleinen Lichter. Aus Meiningen und aus Schwarzer, aus Oberhof und Kühndorf. Aus Meiningen und aus Schwarzer, aus Oberhof und Kühndorf. Aus Meiningen und aus Außerdem Die Show der kleinen Lichter aus Hibu und Thema, aus Zeller und Melis, aus Beinigem Kühndorf und manche sind sogar aus Suhl. Einen zauberhaften guten Abend und herzlich willkommen zur großen Show der kleinen Lichter, das erste Mal hier auf der großen Bühne des CCRs. Danke an das Sula Kammerballett, danke an die Anonymix.